Na, wir sahen beim Floh und er findet seine Skistecke, ne, ne? Boah, das ist echt so richtig. Untertitelung. BR 2018 Hallo, ey, warte, guten Tag und willkommen beim Wetter. Wir haben ein sehr schneiges Wetter mit einer Aussicht auf nichts. Untertitelung. BR 2018 So, also, das gehört jetzt kurz gefilmt. Da, Alter, man sieht fast gar nichts. Und mit gar nichts, ich meine wirklich fast wirklich gar nichts. Und wir sind jetzt irgendwie zu einer schwarzen Pisten gekommen und wir können uns überhaupt nicht mehr aus. Und die bronzeln gerade da oben irgendwie. Keine Ahnung, man sieht aber da, ich meine, das ist ein schwarzer, man sieht nichts. Es ist ein Haufen tiefschneuer und da kommen die zwei. Hey, hauen wir doch. Da war, glaube ich, noch nie ein Leverpistenraupen. So viel Schnee wie da ist, da geht es tief runter, gell? Ja, 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 da haben wir uns alle. So viel Schnee wie da ist, da kommen wir. So viel Schnee wie da ist. So viel Schnee wie das ist. So viel Schnee wie da ist, da kommen wir. So viel Schnee wie das ist, da ich mich in die Haufen verspringen. So viel Schnee wie das ist, da insgesamt habe ich da gemacht. Be Capitol头 wie die Haufen verpasst. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020